Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und präsentieren sich hier auf einer Ländermeile Und das Besondere ist, das gibt es nur alle 16 Jahre bei uns Denn in jedem Jahr feiert das Bundesland, das gerade den Vorsitz im Bundesrat hat Und dieses Jahr ist Baden-Württemberg dran Zusammen einzigartig ist das Motto dieses Bürgerfestes, das ja schon seit gestern gefeiert wird Und wir sind jetzt mittendrin im Baden-Württemberg-Zelt Und hinter uns passiert Geschichtsträchtiges, denn Deutschland wird wieder zerteilt Zumindest die Deutschland-Torte Und zwar von der Landesmutter Gerlinde Kretschmann Höchstpersönlich über 700 Eier stecken in dieser Torte drin Und ich werde natürlich auch versuchen, davon noch ein Stückchen abzubekommen Mal sehen, ob das klappt, Martin Aber wir wollen Ihnen natürlich nicht nur Baden-Württemberg schmackhaft machen Sondern wir nehmen Sie in der kommenden Dreiviertelstunde mit auf Deutschlandreise Alle 16 Bundesländer wollen wir Ihnen vorstellen mit ihren jeweiligen Besonderheiten Dann solltest du jetzt dich schon mal auf den Weg machen, denn Berlin ist, glaube ich, gleich um die Ecke Ja, ich sag dann mal Tschüss Das sind zwar 200 Meter, aber das wird sie jetzt mit Sicherheit schaffen Und das ist das ganz Besondere an diesem wunderbaren Bürgerfest Dass man auf zwei Kilometern ganz Deutschland entdecken kann Jedes Bundesland mit seinen typischen Eigenheiten Mit seinen regionalen Köstlichkeiten, mit Kunst und Kultur Und jetzt ist, glaube ich, Eva endlich auch in Berlin angekommen Ja, so ist es und zwar direkt vor dem Brandenburger Tor Das wurde hier eigens in einer Stuttgarter Version hier auf der Theodor-Heuss-Straße nochmal aufgebaut Das Brandenburger Tor ist ja das Symbol der Wiedervereinigung seit dem 3. Oktober 1990 Und Wiedervereinigung, 3. Oktober, Nationalfeiertag, werden Sie jetzt sagen Klar, wissen wir alles, aber was wissen Sie denn noch? Ich frage jetzt mal hier Sagen Sie mal, wissen Sie, wie viele Einwohner Deutschland hat? Ja, so ungefähr 80 Millionen Okay, schon mal richtig beantwortet Und wie viele Bundesländer haben wir? 16 Und wie viele neue? 5 Können Sie die auch aufzählen? Brandenburg Thüringen Thüringen, genau Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern, haben wir schon 3 Thüringen Sachsen Sachsen-Anhalt Super Und kannst du vielleicht auch sogar die Nationalhymne zumindest mal anstimmen? Trau dich Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland Wie weiter noch? Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland Ja, das ist super, sag mal Hast du das in der Schule gelernt? Also ich kann es eigentlich eher vom Fußball gucken Vom Fußball gucken? Ja Da hast du es immer gehört? Ja Das ist ja echt alle Achtung, du Und die Mutter ist bestimmt stolz auf so eine gebildete Tochter Ja, sicher Und ich frage jetzt mal noch, wir haben jetzt gerade die Nationalhymne gehört Wissen Sie denn zum Beispiel auch, wer die komponiert hat, musikalisch? Ja, von Fallernsleben Musikalisch nicht? Von ihm ist der Text, ne? Achso, Heiden Super, oder es kommt hier druckreif Druckreif kommt es von Ihnen Also ich würde mal sagen, wir haben hier den Allgemeinbildungstest bestanden Und Martin, wie sieht es bei dir aus? So wie ich dich kenne, bist du noch beim Kuchen? Ich gebe es ja zu, ich wäre gerne beim Kuchen Aber zumindest habe ich den Schöpfer dieses Kuchenkunstwerks an meiner Seite Ebert Holz aus Bayersbronn Aber für einen Bäcker ist ja eine Deutschlandtorte kein Problem, habe ich mir sagen lassen Nein, wir haben uns richtig angestrengt und auch sehr gefreut Dass wir den Auftrag vom Staatsministerium bekommen haben Mit der Schutzgemeinschaft Schwarzwälder Kirschtorte Diese wunderbare Torte zu machen Und wie haben Sie das hingekriegt, die 16 Bundesländer zu verteilen? Ich glaube, unsere Vorfahren waren weise genug Die Torten mit 16 Stückchen einzuteilen Und dann haben die gesagt Wir machen das mit 16 und das ist ja wunderbar Als wäre es immer so, hätte es immer so sein sollen Das passt ja Der Tag der Deutschen Einheit ist für Sie aber durchaus auch ein ganz besonderer Tag Warum? Ja, wir haben vieles erlebt mit der Deutschen Einheit Wir durften im Auftrag von Herrn Genscher zuerst nach Ungarn Als die Ungarn die Grenzen aufgemacht haben Und haben dort das Bäcker- und Konditorenhandwerk organisiert Später sind wir dann in die DDR gekommen, wie es damals noch geheißen hat Früher hatten wir vor dem Mauerfall noch tolle Kontakte Wir sind zwei, drei Mal im Jahr immer ins Palaststudio gekommen Haben dort Formen, Ausstecherle und Dressiersäcke mitgebracht Und es war immer sehr schön, dass da die Kollegen aus Dresden, Meißen und Chemnitz gekommen sind Haben Sie die dann immer geschmuggelt? Geschmuggelt, ja Und die Grenzer waren so fair und haben das zwar gesehen Aber sie haben das gelacht und gesagt, was wollen die Bäcker schon wieder da Wie hat sich das weiterentwickelt mit der DDR? Es ist eine wunderbare Freundschaft geworden Die Einkauf- und Liefergenossenschaften wurden umgewandelt zur Bäckhoes Die Bäckereien haben heute eine Struktur, so wie bei uns hier Die Innungen sind genauso und das ist eigentlich sehr schön Freundschaften sind entstanden Arbeiten haben wir denen nicht beibringen müssen, denn das haben sie früher schon können Was ist Ihr östlichstes Abenteuer, was Sie bis heute erlebt haben? Mein östlichstes Abenteuer, das ist in Stalingrad, Yekaterinburg, Chelyabinsk, wo wir überall schon waren Und haben dort auch das Bäcker- und Konditorenhandwerk aufgebaut Mit anderen Worten, das baden-württembergische Konditorenhandwerk ist weltweit verbreitet, kann man das so sagen? Das ist richtig, auch unser Ausbildungssystem, das duale System ist weltweit gefragt und da sind wir sehr stolz drauf Dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank und ich hoffe, vielleicht kriegen Sie es irgendwie hin Dass ich am Ende doch noch ein Stückchen von der Torte abkriege Wir werden uns Mühe geben Sag ich ganz herzlichen Dank, Ebert Holz, wünsche Ihnen noch viel Vergnügen Und wir geben jetzt direkt ab nach Berlin, denn Eva treibt sich immer noch dort rum Ja genau, und was wäre Berlin ohne seine Spätis, seine Spätkauf-Kioske? Hier gibt es meistens rund um die Uhr Getränke, Zeitungen, Tabakwaren, ein paar Lebensmittel Und dieses besondere Teil hier, darf ich es mal zeigen Sagen Sie mal, wie heißt denn diese Vitrine? Hungerturm Und warum Hungerturm? Der Chef hat es so genannt, nein Hungerturm, darum, wir haben da mal Essen drin Wenn man Hunger hat, kann man reingucken und dann kriegt man noch mehr Appetit Oh je, das ist ja ganz schön gemein Typisch berlinerisch eben, die sind manchmal ganz schön schnodderig Vielen Dank Ihnen Und vom Hungerturm gehen wir jetzt mal direkt zur Jukebox Die spielt Musik der 50er, 60er Jahre Und diese Jukebox ist Bestandteil einer Ausstellung Und die nennt sich vom G.I. Blues zur G.I. Disco Und da geht es um den Einfluss der US-Soldaten musikalisch auf unsere Popkultur Und bei mir ist jetzt Hans Friedrich Müller von der Senatskanzlei in Berlin Sie haben die Ausstellung quasi hierher nach Stuttgart gebracht Sagen Sie mal, Funk, Soul, Jazz, Blues Wäre das alles nicht bei uns, wenn die US-Soldaten nicht gewesen wären? Genau daran wollen wir erinnern, indem wir diese Ausstellung aus dem Alliiertenmuseum zeigen Sie wissen ja alle, von 1933 bis 1945 war sowas alles nicht gewollt, verboten Erst durch die Amerikaner, durch AFN, American Forces Network Ist das dann wieder nach Berlin und nach Deutschland gekommen Und wir wollen an diese Keimzelle der Berliner Club-Szene erinnern Berlin hat ja eine sehr attraktive Club-Szene Wo kommt das alles her? Vom AFN nach dem Zweiten Weltkrieg Und das wollen wir zeigen Und in dieser Ausstellung haben Sie ja auch Leute eingebunden Moderne Musiker, die Sie beraten haben Die den heutigen Blick auf die Musikkultur haben Ja, wir haben in Berlin eine kleine, aber sehr schlagkräftige Truppe Die heißt Music Board Berlin Das sind zwei Damen, die machen das Die kümmern sich sehr intensiv um die Verknüpfung Zwischen der Musik-Szene, zwischen den produzierenden Musikern Zwischen der Club-Szene Und wir denken, dass wir damit nicht nur der Berliner Szene, sondern der Musikszene in Deutschland insgesamt In vorbildlicher Weise helfen können Ein Teil, ein noch integrativerer Teil der modernen Club-Gesellschaft zu werden Und Berlin hat ja wirklich einiges an Musik-Szenen zu bieten Sie nennen sich ja hier in Stuttgart sogar, diesen Pavillon, Berlin, die Musikstadt Deutschlands Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Es ist auf solchen Festen immer alles ein wenig hochgegriffen Aber Sie wissen ja selber, man muss immer ein wenig übertreiben, um wahrgenommen zu werden Das tun wir an dieser Stelle Ja, das stimmt, und übertreiben, das tun auch die Politiker Gerade ist ja viel Politprominenz bei uns hier in Stuttgart Gestern gab es schon ein wahrlich präsidiales Abendessen Mit so ziemlich allen Präsidenten, die Deutschland so zu bieten hat Dem Bundespräsidenten, dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Ministerpräsidenten, einigen Ministerpräsidenten Und dem Bundestagspräsidenten Und heute Mittag dann der offizielle Festakt in der Liederhalle Das darf natürlich nicht ausbleiben Da hat Gauck seine erste Rede am 3. Oktober gehalten, der Bundespräsident Es war überhaupt die erste Rede eines ostdeutschen Bundespräsidenten Und heute früh ging es schon los mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche Unter anderem mit Angela Merkel Hier ein paar Ausschnitte In der Friedlichen Revolution 1989 haben sich Menschen zu Gottesdiensten und Diskussionen versammelt Sie wollten Freiheit und echte Solidarität Mit mehr oder weniger Glauben standen sie in den Kirchen unter dem Kreuz Jesu Christi Und suchten miteinander neue Wege der Hoffnung Die Wege öffneten sich ohne Gewalt Welch ein Gottesgeschenk Und ein Dank an mutige Menschen Wir erinnern uns dankbar an die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR Sie mündete vor 23 Jahren in die Wiedervereinigung unseres Landes Die Freude und die Begeisterung darüber waren groß Ja, Freude und Jubel erschallen dann Wenn Herausragendes geschieht Und es ist folgerichtig Dass uns der Tag der Deutschen Einheit In jedem Jahr daran erinnert Welche Wende Ja, welches Wunder sich in unserem Land ereignet hat Beim Festakt in der Stuttgarter Liederhalle Erinnert auch Bundespräsident Gauck an diese Zeit Danach lädt Ministerpräsident Kretschmann alle Bürger zum Fest ein Vor 23 Jahren stand ich auf den Stufen des Reichstagsgebäudes in Berlin Und ich erinnere mich noch heute an den Klang der Freiheitsglocke Als um Mitternacht die Fahne der Einheit aufgezogen wurde Es war der Abschluss einer bewegenden Zeit Vom Aufbruch im Herbst 1989 bis zum Tag der Vereinigung Für mich war es die beglückendste Zeit meines Lebens Heute wollen wir feiern Ganz gemäß dem Wahlspruch der Hohenzollernischen Lande Meiner Heimat aus Schillers Wilhelm Tell Daheim regierten sie sich fröhlich selbst Nach altem Brauch und eigenem Gesetz Die fröhliche Regierung wird jetzt von der Bundeskanzlerin gezimmert Den Tag der Deutschen Einheit fröhlich zu feiern Dazu sind sie schon heute alle eingeladen Nach so viel Festlichem wird es jetzt erstmal Zeit für eine richtig schöne Stärkung Ich habe mir vorgenommen, drei Bundesländer, ein richtig schönes Dreigangmenü Für die Vorspeise habe ich mich mal hier in Thüringen umgeschaut Und da wo die Schlange am längsten ist, ist es bekanntlich am leckersten Worauf warten Sie denn gerade? Auf die Bratwurst, auf die Thüringer Und warum ausgerechnet Thüringer? Weil ich die noch nie gegessen habe Dann wird es allerhöchste Zeit Wir wollen der ganzen Sache nochmal ein bisschen näher kommen Warum stehen Sie so auf Thüringer Würstchen? Weil sie mir sehr gut schmeckt Echt, Sie kennen sie auch? Aus Thüringen oder nur aus dem Ausland? Ja, aus dem Ausland Ah, okay, in Anführungsstrichen natürlich Es wird höchste Zeit, dass wir den Chef kennenlernen Denn hinterm Holzkohlegrill steht hier der Jens Kracke Herr Kracke, was ist das Besondere an der Thüringer Rochbratwurst? Das Besondere an der Thüringer Bratwurst ist zum Beispiel, dass sie vom Holzkohlegrill kommt Und an die Gewürze Warum ist die so typisch für Thüringen? Ja, weil das halt so ist Das ist das Grundrezept Die Thüringer haben die Bratwurst erfunden, sagt man immer so schön Und jeder, wie gesagt, und da ist das halt so Jetzt höchste Zeit, dass ich eine probiere Haben Sie eine übrig? Na klar, hab ich doch Die ist schön Die ist wahrscheinlich auch schön heiß Und stimmt das, dass die bald Weltkulturerbe wird? Ich nehme es an Ich hoffe es Ich hoffe es, dass es wird Die Würze ist einmalig Schmeckt richtig klasse Kann ich nur wärmstens empfehlen Und ich mach mich jetzt gleich auf den Weg zum Hauptgang Bis nach Mecklenburg-Vorpommern Bis gleich Ja und er hat mir den Weg gewiesen Mecklenburg-Vorpommern heute mitten hier in Stuttgart Und das ist der kleine Grill, besser gesagt Der große Smoker, wie Thomas Hase sagt Der Chef hier im Ring Thomas, ich hab gehört Bei euch gibt's hier köstliche Sachen zu essen Moin erstmal Moin, moin Aber was habt ihr denn im Angebot in eurem großen Smoker? Ja, heute ist das Angebot Pulled Pork Das ist unser Fleisch, Schweineschulter Können wir nochmal aufmachen Ja Wow Also hier dampft das und raucht das seit gestern Abend 23 Uhr Fleisch ist jetzt auch langsam fertig, sodass wir es zerreißen können Aber ich hatte schon Fleisch Hättet ihr auch Fisch im Angebot? Ja, natürlich haben wir Fisch im Angebot Lachs, Zander oder Dorsch kannst du dir aussuchen Super, dann nehme ich, glaube ich, Lachs Ja, dann zeig ich dir mal Ich hab hier mal was vorbereitet Ach, guck an Das ist immer lecker So, ich hab hier mal eine kleine Portion mit Lachs Frisch von der, vom Atlantik Währenddessen kannst du mir sagen, wo ist es für dich in Mecklenburg-Vorpommern am schönsten? Nimm mal das Mikro Ja, wo soll ich jetzt sagen? Natürlich bei uns an der Ostsee küsse Das ist für mich immer am schönsten Also ich bin ein absolutes Seekind Und da muss man einfach an der Ostsee bleiben Und Rügen ist bei uns vor der Tür Und das ist natürlich auch meine Heimat Und die ist am schönsten Und so schmeckt es auch köstlich Ich werde es verputzen und mache mich dann auf den Weg zum Nachtisch nach Brandenburg Bis gleich Ach, und gucken Sie mal Ich glaube, wir sind für den Nachtisch in Brandenburg genau richtig gelandet Was für ein toller Stand und so liebevoll dekoriert Peter Franke ist der Chef Mensch, warum ist Brandenburg so ein süßes Bundesland? Weil nicht nur Honig und Milch dort fließen Sondern auch die Rosen geerntet werden Und wir natürlich ein Rosendessert entwickelt haben Ein Zwei-Königendessert Die Königin der Blüten Und die Königin der Früchte Die Erdbeere Lassen Sie mich mal probieren Ein kleines Löffelchen vielleicht Ganz vorsichtig Ja Das ist ein Königendessert Das ist der Hammer Aber Aber ich muss Sie darauf hinweisen Wir haben nicht nur eine süße Seite Sondern Wir haben noch eine Seite, die Sie unwahrscheinlich überraschen wird Die auch als Dessert geeignet ist Rosenmeeretisch Und den sollten Sie unbedingt hier probieren Herr damit Ja, 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 ja Ja, mir läuft nichts über Jetzt ist er tapfer Ja Das ist eine Herausforderung Ich kann Ihnen aber einen Tipp geben Gehen Sie ein Stück Gehen Sie ein Meter weiter Dort haben Sie die Schokoladenseite der Lausitz von Brandenburg Die sollten Sie weiter probieren Das mache ich auch Denn da habe ich etwas entdeckt Was mir jetzt wirklich Erleichterung verschafft Und was mich ein kleines Fazit ziehen lässt Denn ich finde es super Dass es die Mauer nur noch zum Vernaschen gibt Echte Schokolade Und damit sind wir fertig mit unserem Drei-Gänge-Menü War eine köstliche Geschichte Und ich glaube Eva hat Berlin verlassen Und ist mittlerweile dort Wo sie sich eine richtig frische Brise um die Nase wehen lässt Ja Ja, frische Brise ist gut, Martin Ich würde eher sagen Ich mache hier sogar ordentlich Wind Wir sind hier nämlich im hohen Norden In Niedersachsen angekommen Und das ist das Windenergieland Nummer 1 in Deutschland Es erzeugt am meisten Windkraft im ganzen Land Und hier ist Carsten Koloff Von der Staatskanzlei Niedersachsen Und Herr Koloff, sagen Sie mir doch mal eine Hausnummer Wie viel Megawatt Strom wird durch Wind erzeugt in Niedersachsen? Ja, zur Zeit so gut 7000 Megawatt Und wenn man das jetzt mal runter bricht Wie viele Haushalte könnte man da mit Strom versorgen? Also ich würde mal sagen Ungefähr beim Drei-Personen-Haushalt Wenn wir davon ausgehen Viereinhalb Millionen Okay, also ganz ordentlich Mexiko City könnten Sie versorgen? Das geht ja Das ginge Und die Zukunft der Windenergieversorgung Die liegt auf dem Meer, oder? Wir sind zwar auch was Onshore angeht Also auf dem Lande Sehr weit vorn in Niedersachsen Aber die Zukunft liegt natürlich im Offshore-Bereich Das heißt auf dem Meer Das ist richtig Das ist ja jetzt nicht nur umstritten Denn gerade vor den ostrisischen Inseln Die ja touristisch sehr begehrt sind Ist das nicht gerade attraktiv? Was macht Niedersachsen da? Ja, wir haben natürlich Sperrbezirke eingerichtet Das heißt innerhalb dieser Bereiche Gibt es keine Installation Das heißt die Anlagen sind weit außerhalb auf dem Meer Und so gesehen gibt es da also wirklich keine Beeinträchtigung Also ganz weit draußen Ganz weit draußen, genau richtig Vielen Dank Herr Kohler Sehr gerne Und zum Wasser gehören typisch niedersächsisch Auch die Heidschnucken hier Da kann man mal Probe sitzen Und sich sogar ein Urlaubsfoto machen lassen Einmal aufs schwarze Schaf Klar, ne? Also bitte ein Foto Na, jetzt bin ich gespannt Wie hier diese Schafe hier rüberkommen Haben Sie schon das Foto? Dankeschön Na, okay Gut, ein paar Schäfchen würde ich sagen Gut, so weit hier vom hohen Norden Und du Martin, du bist glaube ich schon wieder im Südwesten gelandet, oder? Ja, danke Im Norden und Osten Da habe ich es mir ja jetzt schon richtig gut schmecken lassen Und jetzt lasse ich mir drei weitere Bundesländer auf der Zunge zergehen Wir sind in Rheinland-Pfalz Neben mir die Pfälzische Weinkönigin Andrea Römmig Sie hat jetzt eine ganz schwere Aufgabe Sie muss mir Rheinland-Pfalz mit drei Weinen schmackhaft machen Also eine Minute Zeit Okay Wir haben als erstes ein Riesling für Sie vorbereitet Spritzig, unheimlich spritzig Genauso spritzig wie natürlich auch Rheinland-Pfalz Die Menschen sind unheimlich spritzig bei uns Mit ihrer Lebensfreude Möchten sie natürlich auch ihren Gästen hauptsächlich weitergeben Wie spritzig das in der Pfalz zugeht Auf den Weinfesten vor allen Dingen Gut, was haben wir im zweiten Glas? Im zweiten Glas haben wir einen Weißburgunder Bunt, richtig blumig in der Nase Schöner bunter Wein Genauso bunt wie Rheinland-Pfalz Wir haben sechs verschiedene Anbaugebiete Da kann man natürlich überall was anderes entdecken Und ja, genauso bunt ist Genauso geschmeidig über die Zunge Aber wie kommt jetzt die Farbe Rot ins Spiel? Die Farbe Rot kommt mit der Ahr ins Spiel Auch ein Anbaugebiet bei uns in Rheinland-Pfalz Schöner Spätburgunder, unheimlich samtig Und wenn Sie dann an der Ahr auf dem Rotweinwanderweg entlang gehen Eventuell beim Sonnenuntergang Oder auch im Pfälzer Wald sitzen beim Sonnenuntergang Dann passt so was Samtiges natürlich wunderbar Denn das ist dann absolut genau der Landschaft entsprechend einfach Schön, ne? Jetzt mit der Frau Rheinland-Pfalz in einer Minute Ich sag herzlichen Dank Und ich freu mich jetzt schon auf den Ausflug ins Saarland Ja und schon hat mich das Saarland gefangen genommen Mit grenzenlosem Charme Und dem Kollegen Michael Friemel vom Saarländischen Rundfunk Michael, schön, dass wir bei dir sein dürfen Was zeichnet denn das Saarland für dich aus? Für mich zeichnet es eigentlich das aus, was wir hier auch sehen können Sternekoch Alexander Kunz ist hier bei uns zugange Und das ist es, die hohe Sternedichte Wir haben, wenn man das in Deutschland mal anguckt Die höchste Sternedichte an guten Restaurants und Küchen Zehn Sterne, Frankreichnähe Und ich glaube, das ist relativ doll Der Saarländer also ein Genießer Und du sogar ein Zauberer Hast du denn vielleicht einen passenden Zaubertrick zum Saarland für mich? Also wenn ich schon am Saarlandstand zaubere Dann einen Trick, der dem Saarland entspricht Der kleinste Zaubertrick der Republik wahrscheinlich Mit nur zwei Spielkarten, ja? Auf die Fläche des Saarlandes mal gesehen Von dir brauche ich ein bisschen Aufmerksamkeit Also wir haben zwei Karten Eine Dame und eine Sechst, eine Schwarze Ich mache mal Ärmel hoch Geht nichts in den Ärmel, ja? Alles ganz clean Ich werde jetzt die Karten mal falten Um es ein bisschen spannender zu machen Und werde eine Karte in die andere reinschieben, ja? So, welche Karte liegt jetzt in, Martin? Die Sechs Okay, wir können von uns überzeugen Ob Martin Seidler recht hat Jawohl, die Sechs liegt in Wir falten es andersrum Um es für alle ein bisschen optisch schöner zu machen So ist es eindeutiger, ne? Die Herzdame liegt drin Wenn ich die jetzt so hier unten durchkloppe Was kommt oben raus? Herzdame natürlich Ja, aber im Saarland kommt sie mit dem Rücken nach oben heraus, ja? Übrigens auch auf der anderen Seite Die Herzdame liegt eigentlich Du bist ja verrückt Ja, es wird noch viel verrückter Denn ich würde folgenden Vorschlag machen Ich zerteile die Dame mal Was Zauberer ja auch ganz gerne machen Und lasse euch reingucken Und dann seht ihr, dass die in der Tat Wahnsinn, du bist ein echter Zauberer Dann zauber mich doch jetzt bitte nur nochmal schnell nach Hessen Ich weiß noch nicht, warum du nach Hessen willst Aber das sollte möglich sein Achtung, bereit? Ja Sollte geklappt haben Ja, das war doch mal eine märchenhafte Landung hier in Hessen Kompliment an Michael Friemel Aber jetzt möchte ich natürlich noch viel mehr von Hessen entdecken Als nur die Gebrüder Grimm Also ich kann auf jeden Fall sagen Die haben jede Menge Köstlichkeiten Was ist ihre Spezialität hier? Die nordhessische Aalewurst Die ein halbes Jahr alt ist Die sie auch jetzt gerade probieren Köstlich Kann man so lassen? Ich esse mich durch, durch Hessen Was ist eure Spezialität zurzeit? Black and White Eine Kombination aus Weißbrot und Meerkornbrot Kann ihr Bäcker nicht Wer es mag Auf die eine Seite Salami Auf die andere Nutella Sehr schöne Idee An der Stelle halte ich auf jeden Fall auch schon mal fest Aber was natürlich nicht fehlen darf Ist ein schönes Gläschen Wein Und da kämpfe ich mich jetzt glaube ich mal durch Darf ich kurz stören? Entschuldigung Haben Sie ein Gläschen Äppelwoll für mich? Haben wir auch da für Sie Ach, guck dir das an Für mich extra vorbereitet Also, ich sag besten Dank Und für unsere Zuschauer kann ich nur noch sagen Ich hab mich jetzt durch halb Deutschland gegessen Eine köstliche Geschichte Und das auf zwei Kilometern Jetzt frage ich mich nur noch Wo und was genießt Eva gerade? Ja, ich genieße natürlich die herrliche Aussicht auf Dresden Lieber Martin Wunderschön, oder? Dieser Ausblick Täuschend echt Für ein Urlaubsfoto würde es fast reichen Und wenn du schon so vom rheinland-pfälzischen Wein schwärmst Sachsen kann Wein auch Schließlich ist Sachsen das östlichste und das kleinste Weinanbaugebiet Und ganz genau weiß es natürlich Katja Riedel Sie ist die 25. Weinkönigin Sachsens Frau Riedel, Sie müssen natürlich diplomatisch sein Aber verraten Sie es uns Was ist Ihre Lieblingsrebsorte? Ja, Sachsen hat 58 Rebsorten Das heißt, wir haben ganz, ganz, ganz viel anzubieten Tolle Weißwein und Rotweine Ja, wenn ich abends zu Hause bin Trinke ich natürlich am liebsten ein Glas trockene Tramina Das ist Ihr Favorit? Auf alle Fälle, ja Haben wir den da? Leider nicht Aber ich könnte Ihnen den 2011er Müller-Turker anbieten Das ist ja so die Hauptrebsorte in Sachsen Genau, wir sind ganz stolz drauf Das ist ein trockener, schöner, leichter Wein Mit einer feinen Muskatnode Also auf alle Fälle zu empfehlen Hört sich gut an, den probieren wir Also, zum Wohl Zum Wohl Ja, und jetzt geht's ums weiße Gold Das sächsische Städtchen Meißen War das erste, das europäisches Porzellan gefertigt hat Und bis heute werden die Stücke handbemalt Werden wirklich alle Stücke handbemalt? Ja, alle werden von Handbemalt Und wie lange brauchen Sie dann für so einen Täler zum Beispiel? Immer mehrere Stunden, Tage oder Wochen oder Monate Alle Achtung, schläft da nicht die Hand zwischendrin ein? Nein, das ist eine Trainingssache und eine Konzentrationssache Und das Symbol vom Meißener Porzellan, vielleicht können Sie es uns mal zeigen Was zeigt denn das? Das ist das kursächsische Wappen Augustenstarken Aus dem kursächsischen Wappen der Veggina Ja, und vom Porzellandesign zum Industriedesign Wir sind hier in Sachsen-Anhalt Hier, genauer gesagt in Dessau Wurde ab 1925 Architekturgeschichte geschrieben Dank Walter Gropius und seiner ganz berühmten Bauhausschule Heute wird Kunst und Design an drei Hochschulen gelehrt Und was da so entsteht, das schauen wir uns hier drinnen an Das macht Spaß Ein bisschen erinnert es mich aber auch an den Kindergarten, Professor Mühlen-Bährendt Ja, genau dieses Spielerische gehört auch zum Entwurfsprozess dazu Es ist aber in der Tat Teil des Modellbauprozesses, den wir üblicherweise machen Sagen Sie, Bauhaus ist ja eine ganz wichtige Zeit gewesen Haben Sie denn das Gefühl, der Bauhausgeist, der weht noch durch Sachsen-Anhalt? Da kann man Zahlen sprechen lassen Wir sind in Magdeburg bezüglich der Kreativbranche die dynamische Stadt von Deutschland Das heißt, wir haben die größte Ansiedlung von Industriedesignern in Magdeburg Deswegen würde ich sagen, ja, ja, da weht was Sehr stark Vielen Dank, Professor Mühlen-Bährendt Und wir gehen jetzt nach Bern Dieses kleine Dorf hier, das hat eine ganz unglaubliche Geschichte Mödlerreuth in Oberfranken, teilt das Schicksal Berlins Durch den Ort verlief nämlich eine Mauer Und teilte damit den Ort in Ost und West Also DDR und Bundesrepublik, 23 Jahre lang Wie kam es denn eigentlich dazu? Nun, der Tarnbach, der durch Mödlerreuth hindurchfiel Er bildet eine alte historische Landesgrenze seit über 200 Jahren Und auch heute ist Mödlerreuth noch in eine bayerische und eine thüringische Ortshälfte geteilt Und die Mauer selber, die wurde 1966 gebaut? Die Mauer hier in Mödlerreuth wurde 1966 gebaut, also fünf Jahre nach Berlin Aber hier in Mödlerreuth wurde schon 1952, also neun Jahre vor dem Berliner Mauerbau Die Teilung durch einen Holzbretterzaun eingeläutet Vielen Dank, Herr Lebegern Ja, und Bayern, da denkt man natürlich auch an was Zünftiges zu essen und was Deftiges zu trinken Und das gibt es natürlich auch hier im Bayern-Zelt in der Ländermeile Zumal jetzt in der fünften Jahreszeit, der Zeit des Oktoberfests Ja, so stellt man sich doch Bayern vor, oder? Eine zünftige Musi und Biergarten-Atmosphäre Und dann gibt es hier sogar fränkisches Bier Das ist für mich quasi Heimspiel, denn ich bin ja gebürtig aus Nürnberg Zum Wohl Super, ich danke Ihnen Und Martin, ich habe gehört, du hast auch Heimspiel Zum Wohl Ja, zum Wohl Und ich habe wirklich ein wunderbares Heimspiel Zeche Zollverein, Industriedenkmal, Weltkulturerbe Und gerade mal ein paar Kilometer von meiner Geburtsstadt Bochum entfernt Ja, Nordrhein-Westfalen ist meine Heimat Und hier auf dem Bürgerfest in Stuttgart ist es grandios Das ist das Hermannsdenkmal, normalerweise Wahrzeichen des Lippe-Landes Und des Teutelburger Waldes, gerade mal zwei Meter entfernt Und wir wollen jetzt mal die Gelegenheit nutzen Nordrhein-Westfalen ein bisschen besser kennenzulernen Oliver Gottmann ist bei uns von der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen Aber eigentlich Nordrhein-Westfale, oder? Genau, so ist das Dann machen Sie doch mal unseren Baden-Württemberger Zuschauern Nordrhein-Westfalen So ein bisschen schmackhaft Wir sind gerade raus, direkt, tragen das Herz auf der Zunge Das ist das, was uns ausmacht Ansonsten genauso vielfältig wie die Baden-Württemberger auch Hier gibt es die Schwaben und Badener Bei uns die Rheinländer, die Westfalen und die Lipper Und alle pflegen ihre Eigenarten Und das ist auch gut so Jetzt habe ich mir ja sagen lassen Die Berliner behaupten, sie hätten die Currywurst erfunden Aber wo schmeckt denn die Currywurst nun wirklich am besten? Das können Sie weiter behaupten Da haben wir gar nichts gegen Aber am besten schmecken tut sie bestimmt bei uns Dann sollten wir das mal probieren Sie haben ja alles für uns vorbereitet, vielen Dank Was ist das Geheimrezept? Das müssen Sie den Zubereiter fragen Das wird von mir nicht verraten Aber schmeckt doch klasse, oder? Ich muss sagen, das ist Heimat pur Und ich würde sogar sagen, die beste Currywurst kommt aus Bochum Das wird so sein, genau Ah, er sagt mir, da stimmt er mir zu Jetzt sollten wir noch eins machen Wir gehen einfach mal ein Stückchen weiter Denn hier in Stuttgart ist alles möglich Der Kölner Dom ist auch gleich um die Ecke Wird wahrscheinlich ein bisschen klein sein Dahinten steckt da der Kölner Dom Die zwei Spitzen sind noch zu erkennen Und es wird höchste Zeit, dass wir uns mit dem Kölsch verabschieden, oder? Guck dir das an Der Kölb ist schon da Herrlich So muss das sein Eins können Sie ausnahmsweise mal haben So sind wir ja gar nicht Also, an dieser Stelle Ich bedanke mich ganz herzlich Für diesen kleinen Rundgang durch Nordrhein-Westfalen War mir eine große Freude Wunderbar Und wissen Sie, auf wen wir anstoßen? Auf Johannes Rau Nein, wir stoßen aus Eva Gnädig an Meine Reporterkollegin Das tun wir gerne Jawohl, Eva, zum Wohl Sehr zum Wohl Ja, tu das lieber Martin Bei mir ist allerdings weniger Bierdunst um mich rum Sondern ich habe eher so den Geruch von Salz in der Nase Nach Meer und nach Fisch riecht es hier Denn ich bin in Schleswig-Holstein angekommen Einziges Bundesland, das Anschluss an zwei Meere hat Die Ostsee auf der einen Seite, die Nordsee auf der anderen Seite Und natürlich gibt es hier auch allerlei Fisch-Spezialitäten Was ist denn kulinarisch, typisch, nordisch? Was würden Sie sagen? Ostsee-technisch würde ich sagen, unsere Heringe Wir haben einmal Bismarck-Hering Wir haben einmal Matthies-Heringen veredelt Andererseits würde ich sagen, Nordsee-Krappen Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne mal probieren Wir nennen ihn Liebesteller Liebesteller, na das klingt ja ganz schön verdächtig hier, warum? Sie merken am zweiten Biss vermutlich, von was ich spreche Das wollen wir sehen, das wollen wir sehen Dankeschön, live im Fernsehen Ich bin gespannt Schmeckt lecker, die Krabben Aber so liebestechnisch, merke ich ehrlich gesagt noch nichts Ja und mitten in der Stuttgarter Innenstadt kann man in den Ozean eintauchen Wir sind immer noch in Schleswig-Holstein Und da spielt natürlich das Thema Meeresforschung und Meeresschutz eine große Rolle Thema Überfischung ist natürlich auch ganz wichtig Und da gibt es hier bei der Ausstellung Erforsche den Ozean auch einen kleinen Test Da kann man gucken, ob die Fische von der Größe her schon gefischt werden darf Hier zum Beispiel, dieser große Kabeljau kriegt grün, heißt ja, er darf gefischt werden Aber wie sieht es denn zum Beispiel mit einem kleinen aus? Hier haben wir einen kleinen Kabeljau Dürfte man den schon fischen? Ne Okay, Gerd Hoffmann-Wieck, sagen Sie mal, wenn ich das so sehe, viele Fische dürfen noch nicht gefischt werden Sind zu klein, haben noch nicht geleicht Kann ich noch ruhigen Gewissens ein Fischbrötchen essen? Ja, man sollte schon darauf achten, ob man zertifizierten Fisch bekommt Sie sehen das überall auf den Verpackungen aufgedruckt Und das gibt schon eine Sicherheit darüber, dass man diesen Fisch auch ruhigen Gewissens essen kann Ja, wo wir jetzt sind, das raten Sie nie Wir sind nicht im Süden, wir sind immer noch im Norden, nämlich in Bremen Denn da kommt die lila Kuh her Aber Bremen hat natürlich auch jede Menge Wasser Und da werden einige Aktivitäten angeboten Mal sehen, ob ich zum Leichtmatrosen tauge So, was machen wir hier, Jochen? Ja, wir haben das Segel geborgen, das hängt jetzt da so komisch da drunter Wir müssen das auftuchen, damit es schön aussieht Erstens und zweitens, damit der Wind sich nicht drin verfangen kann und es schädigen kann Und wie machen wir das? Wir steigen auf die sogenannten Fußpferde Das sind diese Leinen, die unten drunter hängen Und wir bedenken, dass wir jetzt bis zu 30 Meter über der Wasseroberfläche sind Das heißt, wenn man hier runter guckt, sieht man das Wasser ganz weit unten Okay, und jetzt wackeln wir hier vor uns hin und was machen wir jetzt? Genau, jetzt tuchen wir das auf Das heißt, wir nehmen uns das jetzt und ziehen das zu uns heran Wir machen so eine kleine Tasche Aha Und dann ist das so eine schöne kleine Wurst Ja, eine grüne Wurst Eine grüne Wurst, die hier oben auf der Ra drauf liegt Und dann greifen wir diese Leinen hier, die heißen Zeiser Okay Von vorne nach Achtern ziehen Und was würden Sie sagen, Jochen, tauge ich zum Leitmatrosen? So sieht's aus, ja Ja, der Mann ist mein Freund Ankurver nennt man das Sie locken die Leute an Das ist die Band Kollektiv 22 Kennen Sie nicht die Jungs? Werden Sie bald kennenlernen Am kommendes Wochenende nämlich strahlt die ARD einen Film aus 16 Mal Deutschland Und diese Jungs hier präsentieren in diesem Film Hamburg Also nicht nur Berlin beansprucht für sich den Titel Musikstadt Sondern auch Hamburg Haben wir das Hamburg-Cent, alle, einmal mitkommen Da gibt es keine Funk, da gibt es nicht Das ist die Zeit, was ich immer befehle Hier lässt sich's aushalten Hier fühlt man sich wirklich wie in einem Musikclub an der Elbe Martin, ich glaub, hier bleib ich noch ein bisschen Aber sie ist bestimmt auch gleich bei uns Und ich fühle mich jetzt hier im Baden-Württemberg-Pavillon wieder so richtig wohl Gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann Mensch, seit gestern wird schon hier gefeiert Zwei Tage lang Wie haben Sie das Fest bis jetzt erlebt? Es war einfach eine großartige Stimmung Erstmal natürlich tolles Wetter Das ist schon die halbe Miete, ja Und dann hat alles gut geklappt Und das, was wir hier geboten haben Hat sich das Land wirklich von seiner besten Seite gezeigt Und alle waren nicht nur tief beeindruckt, sondern die waren einfach schlichtweg begeistert Von dem, was wir hier so auf die Beine gestellt haben Ich hab bis jetzt auch in den anderen Bundesländern immer gefragt, was so die Besonderheit ist Was ist für Sie die Besonderheit an Baden-Württemberg? Ja, das Besondere an diesem Fest, dass wir zeigen konnten Wir sind jetzt nicht nur das Land der Tüftler und der Automobilisten, sondern auch der Künstler Ja, wir können auch künstlerisch was auf die Beine stellen Und die Leute richtig begeistern Das war eigentlich das, was viele überrascht hat Hier ist es ja jetzt so, dass überall auch regionale Köstlichkeiten präsentiert werden Wie ist es denn bei Ihnen zu Hause in der Küche? Sind Sie da auch regierungsfähig? Ja, bei mir gibt es natürlich gute Hausfrauenkost Ich koche von meiner Frau Wenn man immer diese Häppchen bei den Staatsempfängen isst Da ist man mal froh, wenn man wieder was Gescheites auf dem Teller hat Ja, und dass Ihre Frau gut kochen kann Das hat sie auch bewiesen bei Vincent Klink Riesen Applaus für unseren Ministerpräsidenten Aber natürlich hauptsächlich für Frau Kretschmann Denn die hat bei Vincent Klinks Kochkunst mit Evelyn König auch eine richtig gute Figur gemacht Also ich ess Maultaschen gern Aber ich hab noch nie selber Maultaschen gemacht Aber wenn einer natürlich beim Essen abnehmen will, dann kann er das auch ohne Fett machen Aber es schmeckt nicht so gut Ja, beim Essen will ich eigentlich auch nicht abnehmen, das muss ich auch sagen Also, lieber nachher Ein bisschen Brot muss rein In den Kartoffelsalat? Nein Aber ja, nicht Ja, man weiß ja nie, was die in Stuttgart schon machen Also, ich würde da noch herzhaft was dazu tun Also, ich wäre da nicht so verschrocken Was sollen wir noch rein tun? Ach, noch einen Pfeffer Schmeckt noch mal einen Pfeffer Pfeffer Irgendwie Ja Majoran machen wir noch rein Ja, also So, und die Evelyn können Sie den Löffel schnappen und mal probieren Was Gerlinde jetzt da Jetzt tut der meine Hände voll Muskatnuss Fisch kneten Fisch kneten Das Schwein ist ja schon tot Das passiert nix mehr Hast du da jetzt ein Problem damit zu probieren, Gerlinde? Ob das mit rohem Fleisch Hast du da ein Problem damit zu probieren? Darf ich füttern? Ob es gut abgeschmeckt ist? Wenn ich Fleischküchle mache Das mag meine Familie auch Ja Und dann probiere ich so viel Dann muss ich schon immer mindestens 200 Gramm Mehl Hackfleisch dazukaufen Jetzt mach ich mal so Guck mal Jetzt nimmst du deine Hand und jetzt fahrst du so rum Ja Und dann fahrst du so rum So Und dann ist So Und dann ist Du hast fast gewächene Hände So Und der Rest schlutzt sie noch ab, oder? Kann man auch machen Jetzt tun wir das Ding zusammenhurgeln Ah So 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 Toll So So So, jetzt muss ich ein bisschen aufräumen. Wieder geschüttelter Kartoffelsalat. Haben Sie es gesehen? Ah, super. Ich probiere es auch mal. Guck mal, dass es... Wenn ihr zuguckt... Jetzt müssen wir. Okay. Komm, ganz heilig. Alles klar. Hat super geklappt. Ich habe es gesehen. Aber ich verspreche es. So ein Furtstrockener, also auf gut Schwäbisch, das darf man ja unter uns sagen. Das hört ja sonst niemand. Moment, so ein Furtstrockener Kartoffelsalat ist schon nichts Gutes. Soll ich nass muss es sein, gell? Ja, ja, genau. Habe ich schon verstanden. Zum Wohlen. Zum Wohlen. Prost, Gerinde. Zum Wohlen. Also ich habe den Eindruck, in der Küche macht Ihrer Frau niemand was vor, oder? Nein, sie ist wirklich eine sehr flotte Köchin, die abwechslungsreich und einfach gut kocht. Mittlerweile ist auch Eva Gnädig bei uns eingetroffen und sie hat ein paar Fragen der Gäste des Bürgerfestes eingesammelt, die den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann schon immer mal was fragen wollten. Genau, Herr Kretschmann, die haben sich das natürlich nicht entgehen lassen, einmal eine Frage an Sie zu stellen. Und da haben wir zum Beispiel Familie Schindler-Hess aus Thüringen. Und die fragt Sie, waren Sie schon mal auf Urlaub in Thüringen? Ja, ich war schon auf Urlaub in Thüringen. Da habe ich den damaligen Ministerpräsidenten Althaus besucht. Da haben wir zum Beispiel auf einer solchen Thüringer Hütte gefestet. Aber ich war auch schon auf dem Rennsteig. Bin ich schon gewandert. Allerdings muss man sagen, das Schönste am Rennsteig ist das Rennsteiglied. Können Sie es singen? Nein, das singe ich jetzt lieber nicht. Ach komm, geben Sie sich einen Ruck. Die Melodie brächtig vielleicht noch hin, aber den Text nicht jedenfalls ist der... Summen Sie es! Ich habe das dann gestern der Thüringer Delegation erzählt. Und Sie haben mir recht gegeben. Es ist einfach viel zu sehr zugewachsen, der Rennsteig. Das sieht man einfach zu wenig. Und darum ist das Schönste, bis er am Rennsteig das Rennsteiglied. Und es wäre gut, wenn die Thüringer den Rennsteig wieder so attraktiv machen, dass er so schön ist, wie es Rennsteiglied. Also liebe Thüringer, Sie haben den Hinweis gehört. Aber ich glaube vielleicht, wenn wir jetzt alle noch mal applaudieren, vielleicht summt er es mal an. Zumindest ölt er schon mal seine Stimme. Summen Sie es uns mal an. Nein, ich habe jetzt die Melodie nicht im Kopf. War es jemand im Publikum, der vielleicht helfen kann? Keine Thüringer hier im Publikum an der Stelle. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Super! Sie haben das Publikum auf Ihrer Seite an dieser Stelle. Wir haben ja jetzt das Fest der Einheit, das Bürgerfest, was wir hier gefeiert haben. Wie lange werden wir das noch feiern? Ist die Einheit komplett oder fehlt noch ein bisschen was? Nein, die Einheit ist wirklich komplett. Und wir feiern ein Bürgerfest, weil es waren ganz gewöhnliche Bürger, die durch eine friedliche Revolution diese Einheit zustande gebracht haben. In einer friedlichen Revolution, und das erlebt man ja nicht alle Jahrhunderte. Insofern werden wir das noch lange feiern. Es gibt natürlich immer noch Probleme zwischen den alten und neuen Bundesländern. Zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung hinkt natürlich hinterher. Da haben wir noch lange zu tun. Aber die Mauer in den Köpfen ist total gefallen. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Natürlich. Und zwar Familie Heinz aus Heilbronn fragt, Herr Kretschmann, sehen Sie eigentlich Ihre Frau noch? Aber klar. Ja, das sehe ich natürlich. Zum Beispiel da hinten ist sie im Publikum. Dann kommen Sie doch mal zu uns. Kommen Sie zu uns. Kommen Sie doch schnell zu uns, Frau Kretschmann. Kommen Sie ruhig. Kommen Sie zu uns. Ich glaube, sie lässt Ihnen den Vortritt. Das sind Sie gewohnt, oder? Also natürlich hat man wenig Zeit fürs Privatleben, aber so, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr nach Hause kommen, und so schlimm ist es auch nicht. Man muss ja nicht immer den Eindruck erwecken, dass man rund um die Uhr arbeitet. Das mache ich natürlich nicht. Ich muss ja auch mal nachdenken. Einige Zuschauer wollten auch noch wissen, bleiben einem Ministerpräsidenten eigentlich auch noch Zeit für Hobbys? Ja. Welche? Also meine Frau und ich, wir wandern sehr viel, und ich bin ein passionierter Heimwerker. Da komme ich allerdings jetzt nicht mehr sehr viel dazu, aber ich habe jetzt doch wieder einiges gemacht. Bänke repariert, seit Jahren mal wieder richtig betoniert. Sie betonieren? Ja, klar. Okay. Ich könnte da an der einen oder anderen Stelle dann noch mal einen Tipp gebrauchen. Darf ich Sie anrufen? Darf ich mich anrufen? Ich meine, wenn man noch nicht mal seine Türklinke reparieren kann, soll man nicht versuchen, ein Land zu regieren. Wir haben ja hier jetzt ein wirklich schönes Bürgerfest gefeiert. Wo werden Sie denn heute das Bürgerfest in aller Ruhe ausklingen lassen? Oder tanzen Sie noch ab mit dem Prinzen heute? Nein, ich gehe auf den Schlossplatz. Ja, da ist ja eine große Installation. Zum Abschluss soll was ganz Grandioses werden. Eine richtige Lightshow. Also da freue ich mich drauf, sodass bei diesem Fest ja alle Sinne zur Geltung kamen. Wir konnten gut essen, wir haben gesungen, wir haben tolle Reden geschwungen und gehört. Und jetzt gucken wir uns noch was Tolles an. Dann sage ich dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren, mit uns gefeiert haben hier die Dreiviertelstunde. Vielen Dank auch von mir. Was machen wir denn jetzt noch? Also ich würde sagen, wir schmeißen uns noch ins Getümmel und gehen auf den Schlossplatz. Denn da spielen heute um 19 Uhr die Prinzen. Also ich würde sagen, wir gucken am Schlossplatz vorbei und sind dann direkt bei den Prinzen. Und wenn Sie möchten, heute Abend um 23.15 Uhr können Sie die Highlights der Konzerte auch noch bei uns im SWR Fernsehen sehen. In diesem Sinne, tschüss und machen Sie es gut. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020